So, hier haben wir leckere Tomatensuppe heute, mit Sahnehäubchen. Und für mich gibt es nur Sahnehäubchen. Funktioniert nicht, nochmal neu. Kaputt. Kaputt. Ah, ich komme. Oh mein Gott. Mmmmm. Gestern war brutal cool. Ich bin heute schon wieder gut drauf, also wir haben schon in der Früh 6 Frühstück gehabt. Ich habe ein grosses Weizenweg. Jetzt aber trinke ich nur noch Red Bull und Mineralwasser. Also wie man sieht, ich versorge den Pecklein dann. Phil und Sascha. Und ja, du kannst mich gerne begleiten, dass man auch sieht, dass ich was für meine Crew mache, beziehungsweise, dass ich ihnen Getränke nachtrage. Wenn du mich begleiten möchtest, wäre cool. So, meine Lieben, schau mal. Geil, oder? Was ich da in der Mitte. Ich bin am Fuchs. Jetzt habe ich manchmal auch irgendwelchen Scheiß gebaut. Du hast gesagt, Fehler machen andere auch. Eine Zeit, die man nie vergisst. Wir saßen im Regen und haben Pfeifen aus Holz geschnitzt. Und mal ehrlich, ganz still und leise. Ich kann hören, wie sie unsere Lieder pfeifen. So, gestern war es eine sehr, sehr harte Nacht. Und ein harter Morgen. Geh. Ja, der Jock ist das gewohnt, ich nicht. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns heute riesig darauf. Umso mehr freuen wir uns heute, dieses Ding hier zu rocken. Auf der Bühne zu stehen. Wir waren heute super verpflegt, muss man sagen. Von Frühstück an irgendwie mit Sektfrühstück. Superfrühstück-Speckwurst mit allem drum und dran. Geil war's. Danach haben wir gesoffen. Schöne Sonne genossen. Und dann haben wir ein bisschen geschlafen. Und jetzt geht's auf die Bühne. Und wir freuen uns den Arsch ab jetzt natürlich. Da draußen das Ding zu rocken. Weiden wie am Buch. Und wir freuen uns jetzt. Rausgehen. Alles was zählt. Alles was zählt. Alles was dich im Leben hält. Alles was bleibt. Alles was bleibt. Geschichte, die dein Leben schreibt. Egal. Hauptsache nicht normal. So wie jeder. Kann jeder. So wie du. Nur du allein. Nur ein. Oh mein, das macht. 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 Ja, jetzt ist die Show rum in Weiden hier. Es war, ich weiß nicht, uns fehlen gerade noch ein bisschen die Worte. Es war unglaublich geil. Ich glaube, das Wort Hexenkessel beschreibt das eigentlich ziemlich gut, was hier heute Abend stattgefunden hat. Eine Wahnsinn, mega Stimmung in diesem ausverkauften Club. Wahnsinn, also unglaublich geil. Wir freuen uns total darüber, dass gerade für Bands eigentlich wirklich sehr, sehr schwierigen Zeiten uns so viele Leute trotzdem die Stange halten. Gestern in Berlin, heute hier, dass so viele Leute die Konzerte besuchen. Ja, Wahnsinn, unglaublich geil. Würde ich auch sagen, ich würde sagen, die Zeit hat uns einfach recht gegeben. Also wir sind so froh, dass wir diese Shows gespielt haben. Und man hat es auch heute gespürt, wie du gesagt hast, unglaublich. Die Leute haben einfach Bock gehabt. Also die Leute feiern das einfach irgendwie. Ja. Und das schon... Wir auch. Wir auch, absolut. Und wir auch. Also wir haben das, glaube ich, extrem genossen. Alle. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Also das tut so gut. Wir haben das so vermisst. Das geht uns so ab. Und dann so einen Abend erleben zu dürfen, das ist einfach unglaublich geil. Dankeschön Wein und Berlin gestern für dieses mega Wochenende. Jetzt trinken wir noch ein paar Bier und dann fahren wir heim. Und... Wir freuen uns auf die nächste Konzerre. Wir freuen uns auf die nächste Konzerre. Augsburg nächste Woche. Genau. Nächste Woche Augsburg. Und dann... Augsburg ist ausverkauft und für die anderen Konzerre gibt es noch Tickets. Schönen Fall. Ja. Alright Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Alles was zählt. Alles was zählt. Alles was dich im Leben hält. Alles was bleibt. Alles was bleibt. Geschichten die dein Leben schreibt. Egal.